16. März 2019 16 Uhr 13 LCT-Online.de Ex-DSDS-Star Joey Heindle ist frisch verliebt Joey Heindle hat eine neue Liebe gefunden. Nachdem es zuerst nur einige Gerüchte um die Herzensdame gab, sorgte der Sänger jetzt für Klarheit. Quelle, Promibum Sie ist keine unbekannte Ex-DSDS-Star Joey Heindle ist frisch verliebt Quelle, Promibum Joey Heindle schwebt auf Wolke 7 Der Sänger ist nach der Trennung von seiner Ehefrau Justine wieder verliebt Und seine Herzdame ist nicht gänzlich unbekannt Bei der neuen Liebe des Ex-DSDS-Stars handelt es sich um die Schweizer Eiskunstläuferin Ramona Elsner Auf seinem Instagram-Profi veröffentlicht der Musiker jetzt einen Schnappschuss, Der ihn und seine Freundin ganz verkuschelt zeigt, dazu schreibt er, wir wollten uns mal ganz herzlich für die ganzen tollen, lieben Nachrichten bedanken. Danke, dass ihr immer so hinter mir steht. Ihr seid die besten Fans auf dieser Welt. Im vergangenen August hatte der Joey Heindle das Eheaus bekannt gegeben. Er und seine Frau Justine waren nur ein Jahr verheiratet. Ramona Elsner war von 2010 bis 2014 mit Eiskunstläufer Florian Rust liiert. Davor liebte sie den Schweizer Eiskunstläufer.